Das ist Anna. Sie ist Pflegekraft in einer Einrichtung mit 50 Zimmern. Im Nachtdienst kümmert sie sich um das Wohl ihrer Bewohner. Für deren Sicherheit muss sie mehrmals pro Nacht Kontrollgänge durchführen. Das ist anstrengend und bei so vielen Bewohnern unüberschaubar. Da ist zum Beispiel Frau Müller. Sie leidet an Demenz und hat einen leichten Schlaf. Eine Sensormatte sieht sie als Hindernis und weiß sie zu umgehen. Herr Knoll wiederum muss austreten, doch findet den Lichtschalter nicht. So besteht die Gefahr, dass er stürzt. Und bevor Anna ihm zu Hilfe eilen kann, kommt ihr bereits Frau Müller entgegen. Anna bringt sie ins Bett und schaut dann nach Herrn Knoll, der aber schon wieder schläft. Doch jetzt gibt es Hilfe. Mit der neuen IQ Care Sensormadratze von Vibu sind diese anstrengenden Zeiten nun vorbei. Drei eingebettete Drucksensoren senden kabellos Signale an das Schwesternrufsystem und das Decktelefon des Pflegepersonals. Und eine gewünschte Lichtquelle im Zimmer wird aktiviert. Durch IQ Care hat Anna nun alles im Blick und kann gezielt zum Bewohnerzimmer gehen, von dem das Signal gesendet wurde. Herr Knoll findet nun ohne Sturzgefahr auf die Toilette. IQ Care ist bei ihm so eingestellt, dass ein Schwesternruf erst ausgelöst wird, wenn er nach einer vorprogrammierten Zeitspanne nicht ins Bett zurückkehrt. Anna ist entlastet, da bei Herrn Knoll kein Schwesternruf ausgelöst wird und kann sich so in Ruhe um Frau Müller kümmern. Herr Knoll genießt bereits seinen erholsamen Schlaf und auch Frau Müller schläft tief und fest auf der hochwertigen Pflegematratze. Da durch IQ Care dauerhaft weniger Schwesternrufe anfallen, ist auch die Übergabe beim Schichtwechsel entspannter. IQ Care ist strom- und wartungsfrei und benötigt daher keinen zusätzlichen Serviceaufwand. IQ Care, die erste Pflegematratze mit eingebetteter Sensortechnik. IQ Care von Vibo. Eingebettete Intelligenz.